Okay. Habe ich jetzt ihn getroffen? Ja oder nein? Boah, diese Maus. Das geht mir auf den Geist. Oh, sieht doch ganz anständig aus. Eine neue Kleidung habe ich freigeschaltet. Wie schön. Weiter. Natürlich möchte ich meinen Körper anpassen. Spezialkörper. Wart mal. Achso, ich habe da gar nichts neu. Inferno-Panzer. Achso. Ja. Ähm. Also, ich bin hier für diesen zurück zur Hauptwaffe. Achso, das sind 200.000. Natürlich. Dann, äh, nicht. Dann bitte. Ähm. Senkung des Brennstoffes, aber auch den Klingenmodus. Ja. Das hätte ich gerne einmal. und ähm. Aktualisiert verbessert die Fähigkeit. Nämlich das nochmal so. Dann Sekundärwaffen. Wieso nicht? Was ist denn daran neu? Ach, die kann ich jetzt auch verbessern. Ähm. Ne, lassen wir jetzt erstmal. Leben. 10.000. Nehmen wir auch mal. Brennstoffzelle. Äh. Fertigkeit. Mh. Basierende, aktualisierende, Neuabstimmung. Katapult, um einen Saltus-Sprung auszuführen. und so den Gegner von oben zu zertrümmern. Äh. Möglich. Ich nehme mal das. Also, von oben zu zertrümmern hört sich immer gut an. So, bestätten. Verlassen, bitte. So, jetzt sitzen wir so gut drei Stunden hier. Ich würde sagen, wir machen noch ein... Wir haben ja erst ein Uhr. Sieht aus wie ein Nissan. Ne, äh, dieser Toyota GT86. Sieht aus wie ein ist auf dem Middle East this morning für seine scheduled visit mit Pakistani Präsident Baruch Salam. Der Meeting ist wie ein attempt von den US zu strengthen relations amidst a surge anti-American sentiment in region. Yo, me Ninja brother. George, good to see you up and about. How you feelin'? Nah, granted, nah. No brain, no fassau what dem hunger space eat, and me never ever feel so awake, nah. That's because your blood sugar levels are being maintained automatically. Beats the hell out of coffee. Oh, even here you go one of them scone in the base. Why do I say you not take me with you, huh? Dammit, sorry kid, you just be in the way. Aw. Besides, I thought you didn't want to be a killer, right? Me don't, but killing is fun and games. Remember that? Right? Den hat er in der Hälfte durchgetrennt und dann easy, easy, Reif, die Sions ab. Wieso nicht? Schmerz, Pass Time. You cannot take on Marshall all by yourself. I won't sit by while they butcher little kids and ship their parts around like meat. It's sick. It's not all so simple, Ryder. They import those brains legally. For medical purposes, eat all the- Being legal doesn't make it right. Ryder, right? Call that thought. Okay. Was ist jetzt los? Das ist nicht, äh... Hannemol. Der arme Wagen. Der arme Wagen. Da ist keiner mehr drinne. Oh. Doch. I will control the head. Military Cyborg. You are not licensed to operate in this area. You are in violation of state and federal law. Guess you better arrest me then. Wieso muss ich jetzt gegen Polizeiwachen kämpfen? Wieso? Das ist doch nicht geil. Wieso? Ja. Zumindest geht das ziemlich schnell. Vaya geht's Oh. Shit. Okay. Was ist das? Oh, die sind etwas bitterer. Oh, der ist schon zerstört. Oh, da lebt noch einer, oder? Okay. Gut, gut. Kampf A. Ja. Gut. Gehen wir mal, Wolf. Ähm. Nicht geil. Okay. 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 Ahem, offiziell, Maverick Incorporated condemns you and your actions as unworthful. And a pain in the asshole. Now, increase your codec encryption. Do not worry about the lag. And unofficially? I'll do all I can with the codec to help. I do not like what those mudaki are doing any more than you. Spasiba, товарищ. Spasiba. Good s***. Gehen wir weiter. Wieso steht da eigentlich Achtung, wenn wir so eine Aktion machen? Wieso guckt ihr sich das Ding zwei Minuten lang an? Hör vor. Hör vor. Hör. Ah! Ah! Juhu Boah Das macht Spaß Fragt sich nur Ob das Lange Spaß macht Fragt sich nur Fragt sich nur Fragt sich nur Fragt sich nur